Nice Sind wir zu zweit? Nice! Yes! Okay, nur um das zu klären, wir fliegen von Südosten nach Nordwesten Ja, rechts nach Helipad Wander Genau, genau, nördlich über Helipad Hörst du auf, alles klar Da ist das ultimative Duell, da freust du dich? C Wo gehst du hin? Das sag ich Gut, ich geh auf die rechte Seite von der Fluglinie und du auf die linke Okay, dann mach mal das wenigstens so Du bist ja noch nicht raus Ich hoffe nicht Nee, aber jetzt Ja, ich weiß, wo du hin gehst Ja, ich geh doch mal nach Lab Ja, ich geh doch mal nach Lab Du hast recht Lab? Ja, ich dachte Arterhul Ja, vielleicht bin ich auch Arterhul Ja, vielleicht bin ich auch Arterhul No weg Gießt mir schon euer Helipad, oder? Ja, kannst du ja nicht mehr Helipad anschauen Hahaha Alles klar Warst du glücklich, dass das auf der linken Hälfte war, ne? Safe call Aber auch eigentlich ganz fern, ne? Also war relativ gleich großer Bereich für beide Ich erinnere, das sieht ein bisschen aus wie Stoiber hier Ja, kommentier mal da, wie es aussieht Ja, das sind so Ruinen und Kisten, wo oft das Zeug liegt Nicht? Ich dachte, das ist für ein Labor Ja, ich hab'n, ich hab'n Key gefunden Nice Ne, ich bin ja bei Arterhul, nicht bei Labor Ja, stimmt Ich hab' immer Spaß, ne? Eine zweite Pfanne einpacken Gibt's denn da so ein Extra-Gebäude? So etwas spezielles? Ja, ja, hier ist auch ne... Hier ist auch so ne große Ruine, da bin ich aber noch nicht drin Kann ich auch nix zu sagen Auch beide so knapp nicht in der Zone, ne? Ohja Ich find das aber hier tatsächlich ein bisschen nervig zu looten, würde ich sagen Ja, hier stehen viele Zeltung rum, hier ist alles immer so offen AZ, sehe ich hier sogar gerade auch So ein bisschen Shooting Range mit, äh... Mit, äh... Wie hieß das nochmal? Dass sie aus Landhock rausgenommen, mit Docks So ein bisschen Ah, Docks, ja Da ist das ja die Scar Gut, also Waffen, hier gibt's schon genügend, also das kann, da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren, ja Ja, da gibt's auch rechtlich Ich hoffe auch, dass ich hier noch irgendwo ein schönes Scope finde Ach, ich hab ja den Schlüssel spätestens da Ach, wobei, ne, eben hatten wir auch keine Scopes da, ne? Ne, stimmt Ich bin jetzt beim Tempel Und, ist ja schön Wunderschön Das ist so wie, ähm... Früher bei Ruine of Sanhok In etwa So ein Gebäude, wo du oben drauf kannst Äh... Wo dann Shit liegt Kannst du da noch ein bisschen rein Nix Nix Also nichts außergewöhnliches würde ich jetzt sagen Ich hab tatsächlich noch keins gefunden, das nervt mich Aber wie gesagt, ist auch unübersichtlich hier, also... Ja, das magst du ja gar nicht Ja, das kann man, kann man leicht was übersehen Ja, hier auch Hier liegt überall was rum Wie jedem kleinen Scheißteil Kann was liegen So, hinten da glaube ich nur irgendwo ein Teil, was ich brauche Ich sag nicht, was für ein Teil Weißt du mich schon, welche Waffe ich habe? Hm, so ein Teil, das nur auf spezifische Waffen geht, also... Ja, aber was könnte das für ein Teil sein? Ja, wahrscheinlich ein Wangenpolster oder so Ja... Das könnte natürlich sein Aber jetzt ist schnell Zugriff So Teile halt, ne? Ach, scheiße, ich find's doch nicht mehr Ach, nice Guck, ich... Ich war hier eben und hab hier das Viererscope übersehen Jetzt, jetzt, jetzt hab ich's gefunden Den Helm, der daneben lag, hatte ich sogar gesehen Aber das Scope hab ich übersehen Man muss Prioritäten setzen, ne? Safe call So, aneinander auf einmal Das ist nicht beschwertig, so So, ich hoffe ich hab ich hier nicht mit der Zwei-Schuss-Schrotze Über die du getreten bist Zwei-Schuss-Schrotze vor der Wind Zwei-Schuss-Schrotze vor der Wind So, viele Zelte Mann, Mann, Mann Mann, Mann So, wo ist denn jetzt hier so ein Tempel? So, wo ist denn jetzt hier so ein Tempel? So, wo ist denn jetzt hier so ein Tempel? Den such ich auch grad Machst du alles auf, Ki Also bei dir in der Nähe wüsste ich wo einer ist, also da sind... Also, ja, relativ. Wobei der ist nicht in der Zone, da wo wir eben waren. Ja, da hab ich auch schon gleich geguckt, aber nee. Eine Sonne. Oh, da hände ich flieb. Oh, das wird jetzt halt mal ein bisschen lauter. Du? Warum? Ja, damit ich dich eventuell höre. Damit du hörst, wo das Flugzeug ist und damit du mich orten kannst, oder was? Ich seh sogar gerade den Heli. Okay. Okay, okay. Ich weiß ganz genau, wo du bist. Echt? Nein. Ich muss hier einfach noch auf der Fall vorstellten. Mach mich nicht nervös. Lauf ich rum oder lieg ich in der Hecke? Ja, du liegst natürlich in der Hecke. Welche? Ja, ich sag dir jetzt auch nicht mehr in der Hecke. Hast du so schon so'n Scheiß-Teil gefunden? Seh ich nicht. Ein Tempel meinst du? Ja. Ja, aber mit Secret Dornay. Ja, wobei da hinten könnte es ja eventuell einer sein. Ja, ich glaub da ist sogar einer. Ich stell's noch in den Heuchterbock drauf. Hältst du dich denn da auch dran? Äh, ja. Okay. Also bei mir kann man das nachkontrollieren, ob ich mich dran halte, aber... Ich muss jetzt einfach mal auf dein Wort vertrauen. Wenn ich die Stelte dann siehst du es, ja. Ah, du bist bestimmt gerade hinter mir, nur deshalb hast du das gesagt. Ich weiß nicht, guck doch mal. Sollen wir's dann machen oder nicht? Ich hab's gemacht, ja. Okay. Ich bin dabei. Sorry. Ich hab's auch grad'n Tempel gefunden. See, Notfallhilfe-Set. See. Das bringt ja eigentlich gar nix. Oh, leider. Belebt ausgenocktes Teammitglied innerhalb von einer Sekunde wieder. Oh. Also bringt das halt nix. Im Grunde nicht, ja. Egal, ich hab's trotzdem dabei. Im Prinzip. Ah, ist das denn scheiße hier, in deinem Busch oder so auszulegen? Das muss ich mich hier bewegen, quasi. Ich bin zu nervös und bösen. Ich bin zu von der Stauds etc. Und, schon im Zündchen? Ja. Ja. Und du? Ja. Hörst du gerade den Heli? Ja. Ja. Äh, nein. Was tut mir denn hier gerade? Ich hör gerade den Heli, ja? War schon als ich die Frage gestellt habe. Hm, das macht ja. Ich... seit erst... jetzt. Du bist bestimmt irgendwann der Piste da. Also, Piste sagt jetzt. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Ich muss ja noch nicht. Du weißt, Hacking geht auch immer im Zentrum. Sehr gut. Das stimmt allerdings. Aber im Zentrum hättest du dir nie gehört. Ich bin nämlich im Zentrum. Naa, das ist doch nicht schon das Zentrum für mich. das ist das war mit griechen an der endzone rückner rücken zusammen wahrscheinlich Wahrscheinlich. Ich bin leichter Müß. Läufst du rum oder wartest du? Wer weiß. Nein, du wartest. Es gibt zu viele Hecken. Du bist bestimmt im Lava-Strom. Nein. Ich bin leichter Müll. Ich bin leichter Müll. In der Zone. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht genau wie das passieren konnte. Ach, der baut sich jetzt noch in Ruhe ein. Das gibt's ja nicht. Das heißt, du bist schon... Du bist immer noch in der Zone. Wer weiß. Scheiße. Alter, ist das psychologische Kriegsführer geworden von dir. ... 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 Weil ich ihn höre, müsstest du eingrenzen können, wo ich bin. Weil ich ihn halt hören konnte, you know? Und du ihn nicht hören konntest, weiß ich, dass du eher im Bereich bist, wo der ihn nicht zu hören war. Und umgekehrt halt, you know? Vielleicht hab ich den hier noch gehört. Ah, okay. Jetzt lügst du mich ja so wieder an. Lass mal ihn bauen. See. Okay. Ich muss leider gestehen, da ich grad aus Versehen eine Zeit lang im Third Person war, ohne das mitzubekommen zu haben. Das tut mir leid. Sauerei. Das ist echt ne leichte Sauerei von mir. Nee! Du lobelst! Ich glaub, ich hab aber auch zurückgezogen. Aber du hast dich doch bewegt in der 1 Sekunde da. Wo warst du? Ich hab mich nicht gehört. Ich hab mich gehört, aber dich nicht gesehen jetzt. Genau. Rück mich gehört zu andeinen. Check out! ZD4 Baba Fack mich hier First Person ab ey, kanns dir gar nicht vorstellen Was? First Person pack mich gerade so unfassbar ab Ich weiß wie das eben passiert ist im Scope, als ich gezoomt habe So bin ich aus dem Dings gekommen Also waren wir mit ihrem Bind Care Ich habe einen Weg in die Bind Ich habe einen Weg in den Importen Ich schieße leider nur den Scheiß an. Heißt das denn fucking ernst? Ich hab mich hier mit den Aids ausbräuchern, ey. Alter, die ist gut. Ich hab mich hier mit. Ich hab mich hier mit den Aids ausbräuchern. Ich hab mich hier mit den Aids ausbräuchern. Ich hab mich hier mit den Aids ausbräuchern. Ich hab dich, als ich dich einmal gefragt habe nach dem Heli, das zweite Mal nach dem Heli, da hab ich einmal so, ah, gestockt. Da hab ich dich gesehen. Ich wollte zuerst sagen, ah, da bist du ja, aber dann ist mir aufgefallen, das ist nicht so gut, wenn ich das sag. Und ab da wusste ich ungefähr die ganze Zeit, wo du bist. Ich wollte mich nicht sagen...